Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Was Sie uns hier als Kompromiss präsentieren, ist eine Missachtung der Auflagen, die das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber aufgegeben hat. Mir ist schon klar, dass Ihnen das nicht gefallen wird, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe. Aber uns gefällt auch nicht, wie respektlos Sie mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgehen. Das Bundesverfassungsgericht hat Ende 2014 in seinem Urteil zur Erbschaftssteuer festgestellt, dass die bisherigen Verschonungsregeln zugunsten der Erbinnen und Erben großer Unternehmensvermögen nicht mit dem Grundgesetz vereinbart sind. Die pauschale Steuerbefreiung der Sprösslinger schwerreiche Unternehmensdynastien ging einfach zu weit. Und schon wieder legen Sie uns eine pauschale und unangemessene Steuerbefreiung der Superreichen vor. Und ich bin mir sicher, das wird Ihnen das Bundesverfassungsgericht wieder um die Ohren hauen. Das wissen Sie auch, meine Damen und Herren von der Großen Koalition. Und das lassen wir von der Linken Ihnen nicht einfach so durchgehen. Dass Sie es nicht schaffen, ein verfassungsgemäßes Gesetz auf den Weg zu bringen, ist das eine. Das andere ist die Art und Weise, wie Sie unter dem Druck der Unternehmenslobby eingeknickt sind. Die letzten Wochen und Monate waren ein einziges Trauerspiel, in dem wieder einmal der Einfluss der Superreichen in die Politik deutlich wurde. Die Lobby hält das Stöckchen und Söder und Co. springen artig drüber. Dabei wurden Märchen erzählt, wie auch vorher apokalyptische Bilder gezeichnet, Streckensszenarien verbreitet, zum Beispiel dem Wirtschaftsstandort Deutschland dort Schlimmes. Ja, es drohe gar eine Kernschmelze des deutschen Mittelstands, wenn man die Erben vom betrieblichen Vermögen belaste. Es gehe um den Fortbestand der Arbeitsplätze, die durch die Abschmelzung von Privilegien bedroht würden. Was für ein Quatsch! Meine Tochter würde sagen Quatsch mit Soße. Es hat nachweislich noch nie einen Fall gegeben. Darauf ist von Dietmar Bartsch eingegangen worden, in dem ein Unternehmen der Last der Erbschaftssteuer wegen Pleite gegangen wäre. Und sollte ein Unternehmen wirklich mal der Erbschaftssteuer wegen in Schieflage geraten, wäre eine großzügige Stundung völlig ausreichend. Den Superreichen geht es einzig und allein darum, ihre Privilegien zu sichern. Aber Union, SPD und leider nun auch einige Grüne gehen Ihnen voll auf den Leim. Das ist mit Verlaub schlichtweg peinlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ebenfalls gerne bedient wurde das märchenhafte Bild der braven Familienunternehmen, haben wir auch vorher gehört, die hier um ihre Existenz kämpfen. Das ist ebenfalls Quatsch. Es geht bei dieser Reform überhaupt nicht um die kleine Bäckerei oder den Handwerksbetrieb von nebenan. Es geht um milliardenschwere Konzerne wie Volkswagen, BMW oder Metro, die unter der Flagge der Familienunternehmen fahren und der Großen Koalition ihre Forderungen diktieren. Das ist Klientelpolitik aus der untersten Schublade, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und apropos Klientelpolitik. Dass die Union die Unternehmerlobby bedient, ist ja nicht weiter verwunderlich. Auch wenn es schon bedenklich ist, wie sehr die eigentlich kleinere Schwester CSU hier der CDU den Takt vorgegeben hat. Was aber macht die SPD? Sie tragen diesen unsäglichen, verfassungswidrigen Kompromiss mit und lassen gleichzeitig durch Frau Nahles verkünden, dass man die Erbschaftssteuerreform in der nächsten Wahlperiode gleich wieder auf die Tagesordnung setzen werde. Ja, warum denn nicht jetzt? Frau Nahles hat doch vollkommen recht, wenn sie von einer Oligarchie der Reichen in diesem Lande spricht. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, reißen Sie sich endlich am Riemen und nehmen Sie sich ein Beispiel an der Linken, die diesen Kompromiss von Anfang an als das bezeichnet hat, was es ist. Ein weiteres Geschenk an genau diese Oligarchie der Reichen. Zuletzt noch ein Wort zu Bündnis 90 die Grünen. Liebe grüne Kolleginnen und Kollegen hier im Hause, ich schätze es sehr, dass Sie gleich angekündigt haben, den vorliegenden Kompromiss nicht mittragen zu wollen. Aber was machen denn bloß Ihre Leute in den Ländern? Entscheidend sind doch die Grünen Stimmen im Bundesrat. Und da hat Ihr Seehofer Amigo Kretschmann ja bereits wohl auf die Linie der Unternehmenslobby eingelenkt. Dadurch werden es am Ende wohl doch die Grünen sein, die dieser Klientelpolitik durch ihre Bundesratstimmen zu Gesetzeskraft verhelfen. Und das ist nicht gut so. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Kanzel Kitzel-Thepe von der SPD-Fraktion das Wort.